Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Jawohl, liebe Leute. Und ja, beim letzten Mal hatten wir tatsächlich die zweite Runde mit Z erledigt, haben unsere neuen Autoteile abgeholt. Und genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier direkt weiter in der dritten Runde und zwar mit Under Construction. Boah, hier haben wir den Victim, schaut euch die mal. Crash Test, Mami. Okay. Derby ständig zerstört wird. Überall sind Baustellen. Wenn sie also über eine Brücke fahren, sollten sie Mut zur Lücke haben. Oh, ja, da sehen wir die Lücken. Okay. Aber ich glaube, ja, wartet mal gerade. So, da bin ich wieder. Ich muss wieder mein Grafikpapier bestellen. Das vergesse ich mal gerne. So, los geht's hier. So, zack, 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 zack. Wow. Hä? Was war das denn? Hä? Okay. Ja, geil. Alles klar. Ähm, dann. Ah, so, da ist eine XTC-Box. Aktivieren, genau. Wie im Rennen. Aber da seht das, ne? Der Boost. Der Boost. Ein Raketentriebwerk. Und ich muss leider noch mal... Es tut mir leid. So, jetzt. Alles klar. So, jetzt ist alles gut. Ähm, ja. Ihr seht, dieses Raketentriebwerk, ne? Das ist so übel. Ist richtig krass, dieser Boost. So, ähm, ja, wie gesagt, sorry für die kleinen... Wow. Das haben sie mit, äh, Vorsicht vor der Lücke gemeint, ne? Ja. Äh, kann ich verstehen. So, ähm, dann hier, zack, so. Geht mal aus dem Weg hier. So, und dann hier, Rakete und da ist die Box. Ja, sehr gut. Das ist totale Chaos. Ja, schau euch das an. So, ich, ja, das, äh, sieht so aus. Aber 13. sind wir. Ach man, warum hängt das denn jetzt nach wie vor nach? Das ist jetzt aber echt ein bisschen bergwürdig, langsam. Ähm, macht das mal gerade, da wusste ich gerade, ja, oder? Ja, ne, passt, glaube ich, das passt so. Das ist so die Geschwindigkeit. Äh, lass mich die Rakete... Cool, ja, sehe ich auch so. So, weg mit dir. Boah, wir haben schon 57.000 Punkte, bitte was? Wow. Ja, danke schön. Du hast mich in die Punkte geschubst. Ja, nice. So, dann hier, zack, und Energie, Boost. Jawoll. Bam. Hahaha. Ich amüsiere mich auch, alles gut. So. Ja, das macht doch Spaß, Freunde, oder? Das macht doch richtig Spaß hier. Ey, hör, gehst du mal weg? Yin-Yang, was ist mit dir? Hau ab! Danke. Danke für nix. So. Mensch, Yin-Yang. Wie, letzte Runde, was? Oha. Ähm, okay, das heißt, wir... War das gerade der erste, der hat uns überrundet? Ernsthaft? Ernsthaft? Aber gut, wir haben ja genug Punkte, ne? Aber, das ist schon krass gerade. Ja, der zweite auch? Okay. Ähm, wir fahren einfach dran vorbei, würde ich sagen. Wir fahren jetzt einfach mal ins Ziel. Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen nach. Da muss ich gleich nochmal nach dem Plug-in gucken. So, und... Jawoll. Wir haben Victim. Hahaha. Sehr schön. Ja, schaut euch das an. Mit über 15.000 Punkten Vorsprung. Meine Güte. Hahaha. So, schon nice, ja. So. Ja, perfekt. Uuuuh. Was war das denn für ein Grafikfehler? Okay, wartet mal, Freunde. Ähm, ich mach mal so. Und, äh, guck dir das nochmal an mit dem Grafik-Plugin. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt besser läuft, ey. Chinatown Take 2. Red Vido. Das wird schwer. Das wird schwer. Willkommen beim zweiten Streich in Chinatown. Dieses Mal meldet der Wetterbericht aufkommende Beton- und Stahlschauer. Ha, also aufgepasst. Nicht nur Ihre Gegner wollen Sie zerstören. Hahaha. Das ist so geil. Ah, herrlich. Das sieht besser aus. Ah, das ist besser. Das ist besser. Tch, 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 tch. Wieder diese geile Mucke hier. So. Einmal hier ein Bruder-Statue. So. Chaos. Yo. Oh, beweg dich. Das stimmt. Das stimmt. Destruction Derby ist schon ziemlich krass, ja. Ach, Mensch. Ach, Mann, oh. Ey. Wir müssen nämlich Red Vido kriegen hier. Yo. Geiler Backflip. Geiler Backflip. Da war sogar noch ein Barrel Roll dabei eigentlich. Aua. Jo. Guck, 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 guck. Ach, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den killen kann, da. So. Jawohl. Und los. Weiter geht's. Wir sind mit 5500 Punkten Rückstand. Das wird nämlich jetzt extrem schwer. Weil Red Vido ist extrem schnell hier auf ihrer Strecke. Na, das ist, äh. Ich meine, man sieht sie ja noch nicht mal, wo sie ist. Und Red Vido ist wirklich schwerste Charakterin, finde ich, zu kriegen. Da vorne ist sie. Da vorne ist sie. Ähm. Mach mal langsam. So. Bam. Und hier. Ah, danke. Danke. Du hast Red Vido gelähmt. Sehr cool. Okay. Ich liebe diesen Soundtrack auch, ja. So, ähm. Äh, gib her. Na komm, gib mir die. Ah, so, da ist sie schon wieder. Ihr seht das, ne, wie schnell das Ding ist. So. Aber, wir sind noch vor ihr und zack. Ja, sehr schön. So, und Energiebrust. Toffee. Mensch, Toffee. Du war wieder. So, jawoll. Energiebrust. Ah, nein. Jetzt wurde ich gelähmt. So, aber nicht schlimm. Ja, bei dem Bonus wieder. Den Energiebrust. Eieiei, da vorne ist wieder Wettweido. Ah, ist so schwer zu kriegen. So schwer zu kriegen, die Frau. Ähm. Aber ich möchte sie kriegen, weil das ist tatsächlich ein Auto. Was ich nutzen möchte für dieses Projekt. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann nochmal das Rennen neu starten müssen. Na komm schon. Wenigstens einholen. Komm. Wenigstens einholen. Na, verdammt. Das war, das wird nix. Das wird nix. Komm, 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 komm. Weg. Boah, ist die schnell. Ist die schnell, Freunde. Ne. Boah. Keine Chance gehabt. Geil. Wir sind zwölfter geworden. Nein. Definitiv. Nein. Ja, das ist, ähm. Jetzt werde ich das mal probieren. Wenn wir nicht genug Punkte haben am Ziel, dann, äh, werde ich mich umdrehen und, äh, Leute crashen. Ganz einfach. So, hier. Wamm. Ha, 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 ha. Geil. Da sind direkt wieder zwei gestorben. Yo, die Rakete gehört uns. So, weil wir müssen nämlich tatsächlich, ihr seht das, wo die schon wieder ist, ne? Das ist so krass mit Redweide. Boah. Nein, 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 nein. Ah. Mehl gemahlen. Ach, wir sind am Meer. Guckt mal. Das wusste ich noch gar nicht. Krass. So. Ah, Leute. Das ist wieder. Wieder sehr blöd hier. So, und dann hier. Wamm. So. Und dann. Jeremiah. Können alle weg. Können alle weg. Ich muss zu, ich muss zu, äh, Redweide hoch. Da ist sie. So. Ah. Wir brauchen schon den Reifen, um die zu kriegen, ey. Ah. Oder killen. Oder killen. Oder killen. Aber, ne. Leider nein. Killen wir natürlich perfekt, ne. Weil dann, äh. Euch brauchen wir gar nicht auf die Position zu achten. Dann kriegen wir sie nämlich sofort. Bam. So, und hier. Big 10. Bam. Den haben wir gekillt. Sehr gut. Hahaha. Okay. Äh. Ah, da ist es schon wieder. Da. Oh, wir werden hier sehen. Gehen bleiben. Du bist viel zu schnell für diese, dieses Rennen. So, und hier. Jo. Danke. Äh, ja, ich denke darüber nach, dass ich dich, äh, verlichte. Aber Crane. Boah, der erste, der brennt schon, der Marco. Ah, das ist ja schon wieder. Ach, das war nicht. Kriegen wir die vielleicht, kriegen wir die gekillt? Ne, leider nicht. Okay, schade. Ach, Leute. Aber zum Glück rutscht der Wagen einfach runter. Hahaha. Ach, geil. Geil, geil, geil. So. Das Teufels-Vibe. Marco. Ja, das tut er. Sehr stylisch. So. Plätze aufholen. Unbedingt Plätze aufholen. Na komm schon. Wo ist denn mit Meido jetzt wieder hin? Ist sie schon wieder erste? Oh, das gibt's doch nicht. Die ist schon wieder so weit weg. Ah, gib mir den Boost. Und hier. Und dann. Ach, nachher. Ne. Ich werde mich wieder umdrehen. Ich werde mich mal umdrehen müssen, tatsächlich. Oder? Ne. Okay. Einmal umdrehen. Und crashen. Da kann man nämlich auch sehr gut Punkte sammeln. Genau so. Bam. Wir fahren nämlich mal einen Fallschrub. Seht ihr das schon? Aber 42.000 Punkte. So. Dann hier. Na komm. Wer kommt denn da? Ah, der wird weiter. Ah. Da ist sie. So. Kriegt man den gekillt? Noch. Ne, leider nicht. Okay. 4.400 Punkte wieder in den Rückstand. So. Und. Bang. Und. 50.000 Punkte. Seht ihr das? Und. Ah. Verdammt. Na komm. Ja. Nice. Okay. Ja. Das ist die alternative Taktik hier. Kaverum. Oh. Und wir brauchen unbedingt eine Heilung. Eigentlich. 60.000 Punkte. Seht ihr das? Hahaha. Genau so ist das laufen. Ja. Und wir sind im Ziel. Und wir haben Red White noch freigeschaltet. Yes. Yes. Aber knapp. Boah. Aber knapp. Aber hey. Wir haben es geschafft. Geil. Okay. Das freut mich wirklich sehr. Okay. Dann haben wir jetzt die Raffinerie mit Danny Brennan. Dem Deutschen. Okay. Das ist eine sehr geile Strecke. Wenn Sie Ihren Wettkampf ein wenig explosiv, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn sich das hochbrennbare Öl entzündet, kommen Feuerteufel auf Ihre Kugel. Kosten. Da kriegen Sie heiße Bleifüße. Feuerteufel. Ja, das passt zu mir. Das passt zu mir definitiv. Das Geile an der Strecke ist, guckt mal hier. Wir können hier so Stunts machen am Anfang. Ja. Mit dem Risiko halt, dass einer auf dem anderen landet und dadurch stirbt. Aber hey. So. So. Wunderbar hier. So. Ab in die Raffinerie. Das ist eine Obsession. Eine Obsession. So. Das Geile ist hier. Guckt mal. Hier kann man schön Punkte sammeln. Blutbad. Hier kann man schön Punkte sammeln, indem man diese Sachen hier einfach... So. Keine Gefangenen. Das wäre jetzt zwar letzter. Passt. Aber wir haben auch schon 10.000 Punkte. Von daher. Äh, jo. Hier unten kann man auch die Sachen hier kann man auch alles... Ja, zerschroten. Genau. Und hier... Aber nochmal... Ja, nochmal eine C&T-Box. Gib mir den Reifen. Gib mir den Reifen. So. So. Und hat hier einmal... Yeah. Der war gut. Der war gut. So. Hitzige Gebüter. Ich bin kein hitziges Gebüt. So, dann einmal hier. Punkte sammeln. Zack. Was? Okay. Ah, geil. Geil, geil, geil. So, achter Platz. 28.000 Punkte. Bang. So. Ah, verdammt. Ja, okay. Würde ich vorschlagen, machen wir noch einmal einen Stunt. Ah, ja doch. Hat geklappt. Okay, hat geklappt. Ähm. So, dann würde ich jetzt gerne Plätze aufholen eigentlich. Aber der Set ist so langsam tatsächlich. Ja. Ich hätte gerne eine andere... Ein anderes Auto. Aber das dann beim nächsten Mal. Ja, Set. Ist halt noch ein Anfängerauto. Aber... Ah, jetzt können wir hier schön aufholen. So. Ah, dran vorbeigefahren, ich Idiot. So. Ja, versuch's doch. Ich muss Danny Brennan holen hier. So. Hallo, wo ist der? Boah, wie weit ist der in vorne? Was für einen Vorsprung hat der? Boah, wie krass. Okay. Ähm. Es kann sein, das kann sein, dass wir hier jetzt auch nochmal den... Oh. Pakete und reparieren. So. Dass wir hier nochmal den Trick machen müssen mit Falsch rumfahren. So, da ist Crane. Ne. Irgendwie. Das wird nicht reichen. Oder? Ich probier's einmal so. Ne. Hat nicht gereicht, tatsächlich. Schade. Fünfter Platz, Punkt gleich mit Squash und Underdog. Äh. Nochmal. Nochmal. Ich mach's jetzt immer so. Ich versuch's einmal nochmal. Und, äh, wenn das nicht klappen sollte, dann werde ich es einmal mit, äh, ja, mit, äh, mit der anderen Taktik versuchen. So. Das hat leider nicht geklappt. Ah, doch hat geklappt. Der Barrel hat geklappt. So. Crane. Autsch. Oh. Okay. Ich wollte das sagen, da haben wir jetzt schon auf einmal schon 22.000 Punkte hier. So. Ja. Mach sie fertig. Oh ja. Mach sie fertig. Das machen wir. Keine Sorge. So. Alles klar. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon mehr Punkte als eben. Passt. Das ist doch schon krass, ey. Einfach, weil man ein bisschen mehr crasht. Komm. Und hier. Und. Bäm. Yo, ist klar. Die Explosionen hier, ey. So. Und dann hier Cadence weg. So. Lass mich einfach Plätze aufholen jetzt hier. So, los, 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 los. Dü, 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 dü. Ich liebe diese Musik, ey. Haha. So. Ein Schild, bitte, weil ich moe auf den Reihen. Oh. 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 Jemand hat das Handwerk gekillt. Geil. Geil. Okay. So, Pünktchen. Ach, schade. Dann vorbeigeritten. Dann vorbeiger... Gerutscht. Ich habe das durch die Gebäude besucht. So, du. Nice. Okay, dann können wir jetzt hier... Bam. Ach. So. Jawohl. Nochmal ein Reifen. Perfekt. Da war doch der Dandy. Da ist er doch, der Dandy. Dandy Brandon. So. Na, komm. Und? Lachen wir auf dem oben drauf? Ne. Leider nicht. Ah. Das war's mit Crane. Aha. Sehr geil. Den haben wir gekillt. Und wir müssen aufpassen, weil unsere Seite ist komplett kaputt. Komplett kaputt unsere Seite. Ähm. Ja. Wir brauchen eine Heilung. Oder wir dürfen niemanden mehr rammen. Das geht auch. Das geht auch. Wir brauchen die Heilung da. Ach, verdammt. Okay, dann halt nicht. Planänderung. Niemanden mehr rammen. Boah. Bewegt dich doch mal. 57.000 Punkte. Das muss doch eigentlich reichen jetzt. So, wenn wir jetzt noch ein paar Plätze aufholen. Ach, Weido. So. Vierter. Ach, diese. Ei, 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 ei. Fünfter. Ach, Leute. Geht mir aus dem Weg. Dritter. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Ja, wir haben ihn. Perfekt. Oh, aber wunderbar. 62.000 Punkte. Aber auch wieder knapp. Schaut euch das an. Der hat 49.000 Punkte gehabt, der Kerl. Puh, okay. Ähm. Jo, dann. Zwar mit Neustarts, aber wir sind nach wie vor immer erster. Ich freue mich darüber dennoch. Die schillernde Metallhand der Götter wird sie zerschmettern. Oh, die schillernde Titanhand der Götter. Das ist geil. Okay, Titan, Freunde. Eine, eine Vernichtungsarena. So. Bzw. ein Destruction Derby. Genau. Und, äh, ja. Hier müsst ihr jetzt einfach wieder mehr Fotos sammeln als Canvas, der, der große DG-Typ, den wir da eben in der Intro gesehen haben. Äh, nein. Unsere Eltern haben nicht so ein Auto. Tatsächlich nicht. So. Ab und bam. So. Wie, das war knapp. Ich hab mich voll getroffen. Naja. Fang. So, ich bräuchte mal eine Heilung, weil ich aber... Ach, ouch. Ach, jawohl. So. Ja, perfekt. Schon 41.000 Punkte. Und hier, da ist, da war er doch, das ist doch der Kenntnis, ne? Ja, was ist der? Ah, jetzt lasst mich doch mal. Ey. Ja, kommt, der liegt auf der Seite. Kann den irgendeiner killen? Irgendeiner kann ich nach. Shit. Leute, ihr seid zu spät. Aber... Ja, schrei nur hier rum. So, Jinnia. Einen würde ich gerne schon killen. Und mit Vollgas hier rein da. Sehr schön. Sogar mit... Mit einer Heilung noch. So. Bitte. Und... Ja. Hahaha. Nice. Das war die Rache für eben. Das war die externe Verbrennung. So. Und... 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 Ist der rumgeflogen, ey. Meine Güte. So. 70.000. So muss das laufen heute. Ah. Jetzt fangen sie wieder an. Jetzt fangen sie an, hier, die ganze Zeit die Medizin zu klauen, wa? Ah, ne, okay. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Okay. Nächste Wagen ist weg. Und... Ach. Habt ihr das gesehen? Wie der durch die Gegend geflogen ist, ey. Hahaha. Einfach krass. Einfach krass. Äh. Waka-Bern. War 100.000 Punkte. Wir haben es eigentlich schon gewonnen. Mit Fuß noch schön. So. Und dann hier. Wow. Die kriegen wir die vielleicht mal gekillt hier. Ah. Nee. Schade. Komm. Kriegen wir die gekillt? Nee. Das ist leider nein. Schade. Okay. Egal. Wir brauchen eine Heilung. Wir brauchen eine Heilung. Ach du. Keine Ahnung. Du Fenner. Da verkille ich dich jetzt. Ach. Ah. Schade. Das wäre zu gut gewesen. Ach, Crane. Wie oft willst du hier noch meine Sachen klauen? So. Und? Wie jetzt. Das muss doch ein Kill sein. Das muss doch ein Kill sein, Leute. Ach. Ja. Danke fürs Klauen. Ich glaube ich. Ja, 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 danke. Der Crane glaubt die ganze Zeit meine Power-Ups. Da glaubt die ganze Zeit die Power-Ups hier. Meine Güte nochmal. Aber ist ja schon nur noch neun Autos übrig. Oh mein Gott. Ah, Danny Brennan. Ah, Danny Brennan. Und? Ja. Geil. Okay, das war gut. Daddy Brennan hat nämlich auch einen richtig krassen Wagen. Oh, Johnson, Johnson, Johnson. Wir haben ihn noch gekriegt. Nice. Okay, wir haben ihn noch gekriegt. Sehr geil. Okay, Punkte. Autsch. Das meine ich mit Thor's Hammer hier, ey. Und? Boah, Crane, wie viele Power-Ups willst du mir durchklauen? Oh, was war da jetzt nichts? Ich hab schon das Spiel verkackt, ey. Das wäre, das wäre, das wäre, äh, unpool gewesen, ey. So. Ja, wirklich auch nicht mit 136.000 Punkten. Ach, Cassandra. Boah, lass doch den, lass doch sowas. So, ähm, kriegt man einen gekillt vielleicht? Ah. Ah. Crane to deep, ey. So, aber. Boah, wir haben's gleich, wir haben's gleich geschafft, ey. 146.000 Punkte. Und? Ja. Ja, sieben Autos. Kennen wir, das haben wir. Sehr, sehr gut. Beim ersten Mal. Wir haben freigestellt, Casino 2, Subway, South Central und Bivouvi. Zerstörungsrennen und Verdichtungsarena. Ja, sehr schön. Ah, geil. Okay, nice. 147.000. Oh, du brichst das an. Okay, wir haben's dachte 100.000. Okay. Boah, 135.000 Punkte, wir haben. Okay, das ist so gut. Das ist echt gut. Gute Arbeit, weiter hoch. So. Mit der Schaufel vorne dran. Okay. Boah, guck dich den Boost an. Schon ordentlich, ja. Okay. Einfach eine Schaufel vorne. Okay. Dann speichern wir das Ganze mal. So. Ähm. Ja, das haben wir doch gut hingekriegt. Zweimal mussten wir, dreimal mussten wir neu starten. Aber, alles in allem doch, äh, relativ, äh, geschmeidig durchgekommen. Ähm. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, ähm, ja. Wie es hier weitergeht bei Casino 2, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ähm, wenn euch diese Frage gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Äh, würde ich mich sehr freuen, dass Sie gerne wieder an den Kanal. Tschüss.